Hey, stopp, 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 stopp Entschuldigung, darf ich fragen, wie alt du bist? 18 Krass Ja, okay, ich wollte dich fragen, ob du Driftedvent folgst Weil wenn ja, mach dir deine eigene Felge als Uhr Und so sieht das Ganze dann aus Sieht richtig geil aus Ja, folgst du Driftedvent jetzt? Ja, ich kenne euch Ich folge euch sogar Nein, niemals, zeig mal her Doch, ich denke sie Leute, jetzt bin ich gespannt Hier, schau, ich folge euch Boah, Leute, schaut mal, er folgt uns wirklich Perfekt, vielen Dank, dass du uns folgst Dann komm jetzt zwei Wochen bei uns vorbei Und dann kriegst du deine eigene Felge als Uhr Alles klar, mach mal so, ist sehr cool Ey, yo, was geht? Freut mich, dass du es schon geschafft hast Wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Auch, deine Uhr ist endlich fertig Ich bin echt gespannt, was du sagst Willst du aussteigen, direkt vor der Felge anschauen? Ja, natürlich, mach mal so Okay, komm raus So, Leute, ich bin echt auf seine Meinung gespannt Dann hier, bitteschön, deine Uhr Danke Dann schauen wir mal Alter, die Uhr sieht richtig geil aus Richtig gut getroffen Die Details und mit dem blauen Bremshattel, mega Das freut mich, Digga Ey, Bro, aber jetzt mal Hosen runter Wo hast du die geile Kiste her? Das Auto ist von Goldway Sportwagenvermietung Da bekommt man so geile Dinger schon ab 18 Okay, krass, danke, dass du so ehrlich bist Da muss ich mich auf jeden Fall auch mal melden Viel Spaß mit der Uhr, wir sehen uns Danke Ciao